Musik Entfliehe aus dem Alltag und tauche in einer Welt auch puren Entspannung ein. Genieße eine Massage von der berühmten Wiener Massage-Therapeutin Munti-Humming. Für die sympathisierte Wiener Massage-Therapeutin und innerweiß Anwärterin Frau Munti-Humming ist es ein besonderes Anliegen mit ihrer natürlichen Haikun, ihren Mitmenschen zu mehr Lebensqualität und Lebensfreude zu verhelfen. Die gebürtige Vietnamesin lebt seit über 30 Jahren mit ihrem Mann und ihren drei Töchter in Deutschland. Gewisse Grunderkennnisse für ihre therapeutische Arbeit brachte sie bereit auf ihre Heimat mit. Ihre Ausbildung vervollständigte sie in speziellen Instituten, Kursen und bei namhaften Persönlichkeiten. Mit großer Leidenschaft und Begeisterung beschäftigt Sigmund weltweit mit den verschiedensten Heilungsmethoden und deren Spezialisten. So könnte sie ihre Fähigkeiten ständig weiterentwickeln. Aus dieser Erfahrung heraus hat sie ihre eigene Methode, die Jumali-Heilung entwickeln, die sie in Kursen und Seminaren im In- und Ausland weitergibt. Ihr Ziel ist es, die Energiebahnen zu revitalisieren, blockierte Energie des Körpers freizusetzen, Schmerzen zu lindern, Stress effektiv abzubauen, die Elastizität des Bildgewerbers zu verbessern und wiederherzustellen, sowie die Selbstheilungskräfte des Körpers anzuregen. Durch Gespräche möchte ich mit Hilfe ihrer Intuition und Empathie den Zugang zu ihrer Klientin und den richtigen Schlüssel für den ersten Schritt zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte in jedem einzelnen Fähigkeiten finden. In einer aller Sinne, poltruierten, ansprechenden Art mit Pferde wird in einem persönlichen Gespräch ihr individueller Behandlung, Konzept erstellt, und ein fühlsamer und kompletter Ausgefühl. Die Angebote werden gezielt aus jedem Klienten abgestimmt. Vietnamesische Gericht der Flechtssonertherapie, Quantenheilung, Innerwei-Anwendungen, Seelenmassage, Heißkräfte des Wassers, Wassertankstelle, Umfeldarbeit. Heilende Schwingungen mit der 7,8 Hz Schumann-Platte Ming kombiniert nach mittlerweile langer Berufserfahrung verschiedene erlernte Methoden, sodass ein eigenes Lotus-Venus-Kinesium-Konzept entstanden ist und sie somit sehr individuell auf die Bedürfnisse ihrer Klienten eingehen kann. Die Wiener Massage würde 1980 von vietnamesischen Akupunktur Prof. Dr. Bui Cuccio entwickeln. Dabei geht es um Disharmonie und Blockaden, die mittelenergetische Stimulisation gelöst werden. Die Wiener Massage verbindet Massage und Reflexologie. Die sympathische Therapeutin bietet Workshop, Seminarvorträge und die Jumali Heilung aus Sylv und dem Festland an. Teilnehmer können in Kurs und Übungen zur Selbstanwendung erlernen. Ferne organisiert sie Vorträge und Seminare für Gott-Referenten. In diesem Workshop erfahren sie, wie sie Wiener Massage zurück in ihre Mitte bringen können und wie sie lernen können, sich von negativen Gefühlen oder Emotionen anderer abzugrenzen. Sie erfahren, wie sie ihren eigenen geschützten Raum kreieren können und warum das so wichtig ist. Sie erfahren viel über die Schönheit von ihnen und wie sie dort Berührung verwecken können. Warum eine Wiener Massage mehr kann als nur Verspannungen lösen. Weiter Informationen über ihr Behandlungsspektrum kippt es unter www.lotus-venez-syl.de Termine können Sie unter der Rufnummer 01522 92 60853 vereinbaren. Ming hat neben ihrem Standort in der Machtstraße ein 40 258 99 Nibü auch eine Praxis in der andere Art Dirksstraße Schwöhl 258 90 Westerland auf Sylv. Und dann auf dem Westerland auf der Rufnummer 01522 94 258 901 01533 1003